Uns gibt es seit über 90 Jahren, GW Cosmetics ist der Weltmarktführer für Augenbrauen und Wimpernfarbe und Beauty Lash ist eine Brand, die genau aus dieser Profilinie abgeleitet wird und für die Endkunden natürlich zur Verfügung steht. Ganz besonders wichtig ist heutzutage auch immer das Argument der Nachhaltigkeit, auch der Umweltschutz und natürlich auch, ob das Produkt vegan ist oder nicht. Wie sehr erfüllt Beauty Lash diese Anforderungen? Im Endeffekt erfüllen wir alle diese Kriterien dazu noch, dass wir Made in Austria sind, was natürlich wirklich sehr selten in diesem Fall vorkommt und wir sind tierfreundlich, wir sind nachhaltig und vegan natürlich auch und wie gesagt, für ein Unternehmen, das sich seit 90 Jahren genau mit dieser Partie beschäftigt, ist es natürlich auch schon sehr glaubwürdig, dass so eine Brand auch bei Endkunden sehr gut ankommt. Ja, mir gefällt es sehr gut und die Experten-Tipps waren wirklich sehr hilfreich. Ich habe das immer wieder zu Hause probiert mit dem Raufbürsten und habe da jetzt wirklich mehr Know-How erfahren, das war sehr schön. Würdest du jetzt Beauty Lash auch dir persönlich kaufen, dass du es immer wieder daheim verwenden kannst? Ja, ich würde es mir schon kaufen. Es ist ein kleiner Zeitaufwand, aber wenn das wirklich sechs Wochen hält, dann ist es wirklich toll. Das Ganze hält vier bis sechs Wochen, je nachdem wie man halt dann gut pflegt. Also wichtig ist, 24 Stunden nach der Anwendung sollten die Augenbrauen nicht unbedingt mit Wasser in Verbindung kommen. Also es macht jetzt nichts, wenn bei der Dusche ein bisschen was drauf kommt, aber man sollte jetzt nicht unbedingt mit der Brause groß die Augenbrauen eben quasi mit Wasser benetzen und wichtig sind ölfreie Abschminkprodukte, da Öl die die Wirkung ein bisschen reduzieren kann. Wir haben unsere Leserinnen hier heute eingeladen, um ihnen ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten. Wir verschönern heute ihre Augenbrauen, wir liften sie und wir geben ihnen mehr Farbe und Kontur. Der Hintergrund ist der, dass die natürliche Schönheit mittlerweile im Vordergrund steht und immer mehr an Bedeutung bekommt. Und indem man sich die Augenbrauen, das kann man auch sehr, sehr leicht selber machen, liftet und ihnen Farbe gibt, gibt man ihnen Kontur. Das verändert das gesamte Gesicht und das ist auch ein ganz großer Wohlfühlfaktor, vor allem wenn es so schnell geht wie mit Beauty Lash. Wir hatten vorher ja auch das Argument der Nachhaltigkeit, dass es auch vegan ist, dass es umweltfreundlich ist. Wie wichtig ist das heutzutage, dass eine Marke auch dem Wunsch entspricht, dass es nachhaltig ist und dass es umweltfreundlich und dirfreundlich ist? Ja, da gibt es Publikum, besser gesagt die Konsumentinnen und Konsumenten geben da eindeutig den Takt vor. Es wird immer wichtiger, jeder schaut in seinem Alltag, dass er sich möglichst nachhaltig bewegt und damit auch einen Beitrag zum Klima leistet und wenn man sich vegan und umweltfreundlich verschönern kann, ist das ein ganz, ganz besonderer Benefit. Augen und Wimpern sind ja schon immer wahnsinnig wichtig gewesen und gerade in den Covid-Zeiten in den letzten zwei, drei Jahren sind sie noch wichtiger geworden durch das Maskentragen. Das war eigentlich so ein Zeichen, wie wir uns untereinander wirklich monatelang in Lockdowns auch erkannt haben. Und die Pflege von Augengrauen und Wimpern gerade in unserem Zuhausebereich, sagen wir mal so, wo wir keine Profis um uns herum haben, die das schnell machen, ist glaube ich schon enorm wichtig, dass das einfach und leicht geht, dass wir auch ein Vertrauen zum Produkt haben und dass wir wissen, dass dieses Produkt auch wirklich von einem Weltmarktführer stammt und dass wir auch ein Vertrauen haben in das, was wir auf die Augen tun. Man versucht natürlich nach außen hin immer ein sehr gepflegtes und schönes Bild zu machen und umso lieber ist man, wenn es Produkte gibt, die wir dabei unterstützen, das auch in einer kurzen Zeit zu erledigen und einfach sicher im Alltag zu sein und dabei einfach die Augenbrauen gefärbt zu haben und auch die Wimpern macht es einiges leichter. Warum Beauty-Lash? Warum Vertrauen in Beauty-Lash? Weil die Qualität einfach top ist, weil wir auch die Herkunft großartig herleiten können. Leopolddorf ist im Endeffekt an der Grenze zu Wien. Es ist made in Austria. Wir sind völlig nachvollziehbar in der Produktion, in der Entwicklung und ich glaube, alleine das sind wirklich wichtige Attribute und Gründe, warum man sich für Beauty-Lash entscheiden sollte.